Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft 4 ist in der Folge 514 Und ja, wir müssen jetzt mal gucken Äh, hier, was haben wir denn da? Wir brauchen Glas, genau, dass wir das mal fertig machen Können, genau Das heißt, wir müssen uns nochmal ein bisschen Glas erhandeln Hallo Einfach mal so ins Kedett, oder was? Mach die weg, will ich doch nicht Hier so ein Spinnchen, können wir auch nochmal töten, vielleicht kriegen wir noch ein Spinnauge Jawohl, perfekt, nehmen wir gerne mit Finde ich gut Hallo Dann sprinten wir mal kurz hier rüber Und holen uns ein bisschen was davon Beziehungsweise schmeißen wir erst kurz die Items weg Und dann Geht das hier so rein, genau, die da weg Das Eisen brauche ich noch für Scheren Wir brauchen sowieso sehr viel Glas, fällt mir gerade überhaupt ein Wir brauchen nur noch Glasflaschen und alles Das heißt, wir Odeln uns Genau, einmal Voll Ja, gut, das war das Dingste Wer von euch Gibt mir denn Genau 12, 16 Stück, genau Äh, du bist hier noch so einer Zehn, ja leider habe ich keine mehr da, genau Gut, dann müssen wir nochmal handeln Wo bist du hingelaufen, hey, komm zurück Können wir hier gerade mal Den nehmen und hier den hier, genau Du kommst auch nochmal zurück 6, jetzt haben wir alle 48, äh Wunderschöne Von denen geholt So, du kommst mit Nevis, du bist auch Arbeitslos, du auch Also nicht arbeitslos, aber du hast halt nicht das Richtige Das, was ich habe, weil wir nämlich Glas haben Genau, du Ach, guck mal, du gehst mir wieder Wieder 16, sehr gut So, du hast kein Glas, schade Du hast, also du bist schon Du bist schon, äh, verhandelt quasi Brauchen noch mehr, genau, da Also wir brauchen definitiv Glas Ein Name Tag und ein Kompass, okay Gut Wie du meinst, wie du meinst Aber das ist nicht das, was wir jetzt brauchen Okay Gut, äh, also wir haben keine Steine mehr, deshalb So, dann kommst du mal wieder her ins Spiel Oh, die Spitz-ACD ist wieder Ganz So, jetzt Ah, du bist wieder Wieder Gelockt Du bist gelockt Von dir bräuchte ich gerade nichts Von dir auch nicht Von dir auch nicht Von dir auch nicht Von dir auch nicht Da bist du mit Glas Haben wir wieder 48 Das ist gut Das ist gut, 48 ist okay Und die kriegen wir jetzt auch wieder 48 Ja, genau Du bist geblockt bis morgen Da kannst du wieder dich freiarbeiten So, haben wir noch irgendwo irgendwelche Hier sind sogar zwei Kilo drin Was soll denn das? Du bist auch geblockt Also haben wir jetzt, glaube ich Ne, du hast nichts Du auch nicht Kein Glas Das ist ein Farmer Der hat noch ein Glas Also können wir nochmal 48 holen Perfekt Perfekt, perfekt Das ist wieder nichts So, genau Jetzt hat dir wieder einer gearbeitet Von euch Ja, guck mal du Du hast gearbeitet Das ist gut Das gefällt mir Das gefällt mir richtig gut Da können wir jetzt nämlich richtig schön Glas holen 52 Stück So, und dann Mal die Bitsucker So, jetzt haben wir aber tatsächlich Was wir uns noch holen können Ist hier so ein paar Laternen Die sind auch nicht schlecht Guck mal Jetzt hat der auch Glas Jetzt hat der auch Glas Eine Uhr Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung Dir gefällt das Video Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da Unter dem Video Oder Kannst auch gerade einen Kommentar schreiben Oder Wenn dir der ganze Kanal gefällt Dann lass doch einfach ein Abo Das ist gar nicht schwer Du musst einfach nur runterscrollen Und auf Abonnieren drücken Und dann kannst du Alle Videos von mir angucken Und verpasst keins mehr Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade Bekommst du Eine kleine Mitteilung Und dann kannst du dich schon mal Gespannt an die Folge setzen Dankeschön So So, jetzt haben wir glaube ich Fast alles Gerepariert So Du bist Nicht mehr bereit Du könntest mir nochmal Ein paar Laternen geben Genau Du kannst mir nochmal Ach guck mal Jetzt haben wir schon wieder keine Keine Emeraldos mehr Aber hier war irgendwo Irgendwo der eine Genau Hier wollte ich gucken Ach der kann mir wieder geben Aber ich habe keine Emeralds Das heißt wir müssen nochmal Ein paar Steine holen Und so Und gucken Ob wir noch ein bisschen Steine handeln können Ne, können wir nicht Ne, schade Können wir nicht Und dann können wir aber Gerade mal hier die Steine rein tun Und wir können die Schalker Kiste mal mitnehmen So, warte mal Das ist Silk Touch Genau Und das ist Ja, okay Gut, dann können wir die so lassen Das heißt wir können jetzt Auf jeden Fall schon mal Hier rüber gehen Und können gucken Was hier so abgeht Ja, 16 Eisen Nehme ich mit 16 Eisen Nehme ich mit Was sagen Die Scheren eigentlich hier drin Sind die noch Die sind noch okay Die sind noch Okay Dann gehen wir mal Hier so rein Beziehungsweise Wir bauen hier erstmal Unser Gefängnis quasi Genau Das müsste eigentlich so reichen Dass wir hier reinkommen können Und hier ist alles zu Perfekt So Genau Hier ist ein Scher Aber wir müssen jetzt tatsächlich Umhören Müssen wir jetzt auch noch Kisten machen Hier kommen wir gar nicht hoch Wir brauchen Leitern Äh Leitern Ja Kommen wir mal 15 Stück Da klettern wir mal hier so hoch So Wart mal Da kommen hier die Scheren rein Ne Ja genau Hier kommen Scheren Scheren rein So Was können wir denn machen 26 Scheren Das hört sich nach einem Dölfin an So wo sind wir denn jetzt Mittlerweile voll Wir brauchen noch sehr viele Scheren Um das einmal voll zu füllen Aber das macht nix Dafür haben wir ja unsere Eisenfarm Was wir jetzt noch machen können Ist wir können hier so rüberfliegen Und Guck mal Hier haben wir tatsächlich Einen Block daneben gebaut Ist auch nicht so wild Hier kommen nämlich Glasflaschen rein Glasflaschen müssen wir uns bauen Und zwar brauchen wir dafür Eine Werkbank Wir verstecken die Werkbank auch mal Hier irgendwo drin Weil wir brauchen die wahrscheinlich öfter hier So Ein Stack Gibt drei Stacks Okay gut Das gibt Ist gar nicht so viel Ist gar nicht so viel Hier müssen wir glaube ich auch Die Richtung von den Trichtern ändern So Und dann können wir hier nur noch 18 Stück da reinschmeißen So Und das war es dann quasi schon Das heißt wir haben jetzt quasi schon Unser ganzes Ganzes Glas Was wieder verhandelt Oder Weck gebaut Es quasi So Wir brauchen Als nächstes Dann gehen wir nochmal hier rein So Was haben wir denn mit Unseren Blumen gemacht Achso Wir haben Blumen Wir haben ja die Blumen Halb schon wieder vergessen Wir haben die gar nicht geholt Dann holen wir uns gerade noch Blumen Und vermehren Noch ein bisschen was In der Hoffnung Dass wir das hinkriegen Oh Das war knapp Ich darf ja nicht Ich darf nicht den Den Eisenkohle am treffen Sonst schlägt der mich Jetzt macht der mich K.O Sonst macht der mich K.O So Was haben wir hier Nehmen wir nochmal ein Stack mit So Super duper duper Sonsten Wir können aber auch gerade Hier so hoch Springen Genau Da können wir Nämlich einmal Hier so rüber Und da können wir gerade mal Ganz kurz Die liegen hier nochmal so einen Hallo So jetzt wollen die alle da rein Aber irgendwie Geht da nur eine Biene rein Ne es kann nicht sein Geht da nur eine Biene rein Hoffentlich nett ne So jetzt kommt erstmal alle hier rüber Dann baue ich nämlich das Ding hier wieder ab Und das ist ein Silk Touch Nein 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 Ihr sollt nicht Kommt da weg Hallo Mach dich ab Ja jetzt Ne ich will euch nicht hauen Äh ja Okay Ach guck mal Man kann durch das Glas durchgucken So jetzt hab ich die mitgenommen So jetzt können wir mal hier ein bisschen Ein paar Bienchen paaren Guck mal Sind sogar alle groß geworden 340 442 So 40 Noch eine Biene Muss ja irgendwo sein Genau Mach mal die Ender So Dann sind sie hoffentlich draußen So gehen wir noch schlafen Dann können wir mal in der nächsten Folge gucken Was da so passiert Ob da nur eine Biene ist oder nicht Weil sonst müssen wir die anderen Beehives uns noch Besorgen Und das wird noch lustig Gut Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wenn es sich freut Dann lasst auch eine positive Bewertung da Oder ein Abo Und bis denn Tschau Leute